Also, eigentlich sollte ich diese Herzblatt-Dings da mitmachen, den Quatsch da. Und dann hat Nico mich von hinten angesprungen. Ja, angesprungen ist übertrieben, aber zumindest angesprochen. Da hab ich mich ein bisschen erschreckt. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen. Eigentlich hatte ich keinen Bock auf den ganzen Kram. Ja, ich hatte so gern gelernt, dass hier meine Freundin und ich ja, ähm, hinten angestichen, hab immer gefragt, wer mich lieben würde. Da hab ich schon gesagt und ja, äh, ja, ist alles okay gewesen. Dann hat er ja schon gesagt, ja, er ist aus uns rausgegangen, ganz kurz. Ja, ich will dich nehmen als Freund. Ein ganz netter Bitt und ein ganz lieber Bitt und so. Und das passiert.